Herzlich Willkommen bei Modellbahnmicher und viel Spaß mit der kleinen und großen Bahn. Heute habe ich euch ein paar Impressionen von einem schönen Oldheimer Treffen zusammengestellt. Auch wenn es keine Dampfloks sind, waren das auch ganz schöne Maschinchen. Wir benutzen mal den Bus Shuttle mit diesen schönen historischen Icarus Bussen, lassen uns aufs Festgelände fahren und stürzen uns voll ins Gewimmel. Viel Spaß dabei! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!